Das ist der Karle Asten im Dunkeln, genauer gesagt der Asten-Turm. Lau beleuchtet. Es ist ebenfalls vor dem Asten-Turm und das wollte ich mir nicht entgehen lassen hier, diese Beleuchtung ist schon ganz toll gemacht. Hier so oben hoch, dann den Asten-Turm. Und saukalt ist es ja. Ja, das ist direkt hier auf dem Karlen Asten, neben dem Asten-Turm. Und zwar handelt es sich um die Eis-Arena. Gehen wir mal so ein bisschen näher ran. Wunderschöne Eisfläche, ich habe das jetzt allerdings hier nachts aufgenommen, ist natürlich kein Betrieb. Ja, da ist ja nochmal der Asten-Turm. Ja, da ist ja nochmal der Asten-Turm. Ja, da ist ja nochmal der Asten-Turm Skř shimmer.